Hat die keinen Stringfall gemessen? Vorhin noch mal. Ne. Nein! Doch. Oh. Vier Fehlern hab ich mittlerweile. So. Da hinten. Ich kann mal kurz die ganzen restlichen... Chickens noch töten. Naja. Klingt gut. Wo seid ihr, Strings? Nein, hier ist ein Skelett gestorben. Gab immerhin Pfeile. Oh, schon drei Pfeile. Sieben Federn. Ach, die Spinnen sind alle despawned. Die sich auf uns schlafen gelegt haben. Ja. Was für eine kaputte Welt wir hier haben. Alle zwei Meter so ein... ...Abgrund. Das ist echt der Hammer. Ja. Wieder so ein Bug. Ich geh auf den Sack. Oh. Gott, nicht so blöd, du Schaf. Ich hab gar ein Skelett gehört. Angst, 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 Angst. Überall Höhleneingänge. Mit der Hammer. War das schon wieder... Stimmt, das war schon wieder die Glava. Das ist ein Enermann. Alter Vater. Wie geht man den Scheißviechern schon am Tag, oder was? Das sind doch deine speziellen Freunde. Drei Meter von mir entfängt Alisen weg in so einer dunklen Höhle. Ob ich mir die holen soll? Wie wärs mit Nein? Nein. Du musst noch viel an meinem Herzen. Ich hab Nein gesagt! Das werden die... Alter, der Enderman. Der geht mir voll dick auf die Eile, weil der mich irgendwie verfolgt. Alter, verdammt. Ich wasse ich... Oh, das ist Spideyes hier. Machst du kaputt! Wieso gibt's jetzt noch Spideyes? Wieso hab ich keine gefunden? Hat mich ein halbes Herz gekostet, Scheiße. Nein! Fuck! Aber... Ich hab nur einen String. Ja, der war hin. Aber Spider ist eigentlich auch ein Block? Das weiß ich nicht. Ich glaub schon. Ich kann auf jeden Fall Skeletchesse blocken.. Das weise ich. Ja hier sind überall nur Tiere, keine Spider. Da muss ich nur mal eine Nacht losziehen. Ja das ist ein Treater. Määäh. Krass wie viel Schrott hier ist Also für wie viel die kaputt ist Muss auch aufpassen, so vier Kilometer die mega tief auf einmal runter gehen Ja, das ist echt total gefährlich So, hier ist nix mehr Hier Einer nein Putt, 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 Spini Hier weiter will ich nicht in die Hülle Zu viel Schiss Vier Herzen Ja, gegen die Blaze-Wichser wird das ganz schön tricky Dann muss ich da mal vorgehen Na, Kuh, schwingst ja dein Euter Die Kühe werden sie voll aus, ey Ach, die Kühe, Quatsch Ach, da war schon, Hühner Oh, was ist das? Oh, was ist das? Achso Ja, kein Ei Mein Chicken hat mich auch gerüllen, ja, wa? Ja, Sigi Du bleibst schön hier Ne, ich darf mich jetzt hier nicht verlaufen, das wäre blöd Ja, wäre zumindest super optimal Oh ja Aber ich habe noch ein paar Hühner gefunden, die ihr Leben gelassen mussten Und mittlerweile habe ich 23 Fehlern Mal 4 Mal 4 Kommt schon einiges an So, kommst du Ich habe 10 Er hat nichts mehr für Spiders brauchen Eigentlich bräuchten wir sogar 2 Bogen, das wäre optimaler Bögen Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt, sich dafür mit Spinnen anzulegen Ich bin mir nicht sicher Wahrscheinlich nicht Jetzt brauchen wir noch einen Scheißstrang, ey Den zweiten Bogen können wir machen, wenn, äh Wenn wir die Tränke haben Ja, ich stimme dir dazu So Also chillaxen wir jetzt hier draußen Wir müssen irgendwie die Zeit bis zum Abend umkriegen Wir können schon mal Pfeile machen Hammer Und Gravel müssten wir dafür noch farmen Wie viel Flint haben wir denn? Ich glaube 9 oder 7 oder so Okay Oh, ich habe noch einen Gunpowder Oh, ich habe, ich baue gleich noch eine TNT-Kanone Und, hast du noch mal Glück? Ja Aber nicht viel Sieben Aber 31, äh Haben oder nicht haben Oh Gott, die Eier hier unten Ja, man könnte Ja Ja, könnte man Mache ich jetzt auch Also jetzt kommt die ultimative Farming-Methode Was denn jetzt? Ja, das ist geil Pass auf, das kannte ich bis vor kurzem auch noch nicht Ach so, ja Ach so, ja Ja, warte mal Aha, du guckst Voll geil, ne? Magic Hat genau Hat genau 0 Flint gebracht Nein Gebt mir Flint Too much Äh, verdammt von Lack 4 von 4 Eiern gerade Nice Gibt sogar die Möglichkeit Und Scheiß Dass du mit einem Ei 4 Hühner auf einmal 4 Hühner auf einmal, Chris Hatte ich erst einmal Die Möglichkeit ist relativ gering Da sind fast nur noch junge Hühner drin Hast du ein bisschen geschlachtet, oder was? Äh, also jetzt im Verhältnis Weil ich hier so viele Eier reingeworfen habe gerade Ich hatte gerade einen Huhn angeguckt Der ist irgendwie bis zu mir vorgedrungen Die Kollisionsabfrage verstehe ich ja noch nicht Warum die bei den Viechern immer noch so buggy ist Ja, das kann aber echt nochmal gepatcht werden Weiß ich auch nicht Weil das kann aber echt nicht so schwer sein Ich glaube, das ist aber auch nur im Multiplayer so Dass die Tiere so behindert durch die Gegend glitschen Und da macht mir ein bisschen Sorge Dass ich hier die ganze Zeit so ein Zombie höre Das Schöne ist, dass hier gerade relativ viel Gravel rumliegt Mehr Flint Ich bin wirklich alle Hühner anstarren Als sie nämlich aufessen wollen Wenn ich das Weizen in die Hand nehme Hier sind direkt ziemlich böse Zombies in meiner Nähe Ein bisschen Sorge gerade beim Gravel abbauen Direkt in deiner Nähe Oh ja Ich habe Spaß mit den Hühnern Ich weiß, dass ich mal unverlässlich da arbeiten lasse Auf jeden Fall Noch ist hier alles safe Noch Cool, noch einmal Pau Alter, wie viel Flint Äh, wie viel Gravel hier ist Das ist der Hammer Ich habe jetzt mal den Zeitpunkt gekommen für eine Axt, oder? Für eine Axt? Wieso denn für eine Axt? Als werden die erwachsenen Tiere geschlachtet Achso Ich wusste nicht, was das mit der Axt passiert Jetzt haben wir die ganze Nacht rumgechillt Draußen ist jetzt wahrscheinlich wieder Tag Oh mein Gott So, jetzt haben wir alle Aber nur noch jungen Hühner Ach Gott Ja, das ist gut Sehr gut Und Thorsten ist noch hell Thorsten ist dunkel So, jetzt federt, Alter Ja Ja, wir haben erstmal genug Wir haben insgesamt Einmal ein Stack Und einmal nochmal 47 Ich habe auch noch 4 Und wir haben immer noch Federn Jo, satt So dunkel ist es, hast du gesagt, draußen Ja Ja, da müssen wir uns jetzt auf den Weg begeben Und zumindest schon mal Eine Scheiße Leute, direkt da Ich glaube, da links oben ist direkt ein Creeper Was? Da rechts Jetzt rechts Halb rechts von dir oben Ich sehe eine Spinne Ja, und ich sehe den Creeper Oh, hinter uns ist ein Zombie runtergekommen Oh, das ist ja herz allerliebst Und da ist ein Skelett Wie komme ich denn von hier aus zur Spinne an dem Skelett vorbei, ohne dass mich das Skelett sieht Und der Creeper, der da rechts auf der Falzwand rumklettert Oh, das ist ja herz allerliebst